Flimmit im März Diagonales Festival und Vorpremiere von The White Kobold, außerdem FLIMMIT. Workshop-Diskussion mit Verena Altenberger und Lena Koppe beginnen die 15. Staffel, The Bergdoktor, und Fakt oder Fälschung, WIENNA, Big Cinema. Großer Humor. Großes Programm im März auf Flimmit in diesem Jahr Streaming-Fammit wieder mit einem herausragenden Festivalprogramm, das kürzlich mit dem Mäzenas Art Sponsoring Preis ausgezeichnet wurde. Siehe U. Die Siegerfilme der jüngsten Diagonalen Geschichte, kuratiert vom Ö1-Film-Editorial-Team und Filme aus dem Kurzfilmprogramm dieses Jahres. Am 27. März Fahnen Fakten, Täuschungen und prominente Ratsmitglieder können jetzt auf Flimmit sowie in der 15. Staffel von, Der Bergdoktor, sowie einer neuen Flimmit-Workshop-Diskussion mit Verena Altenberger und Kämmerer Rau und Diagonaler Preisträgerin Lena Koppe gestreamt werden. Vorläufige Premiere The White Kobold Ab dem 27. Achtung! Strizial Bruder von Rich Art Collectors Diagonal 23 on Flimmit Kino für Zuhause Festival in ganz Österreich Das österreichische Kino in all seiner Pracht Flimmit schaut voraus und Backshort-Filme von aufstrebenden Filmemachern treffen sie siegreiche Filme der jüngsten Diagonalen Geschichte Ich sehe Veronika Franz und Severin Fiala The Dream von Ruth Beckermann Oder Hochwald Evi Romen Als langjähriger Streaming-Partner wird Flimmit auch die Schirmherrschaft des Kurzfilmprogramms eins Das Festival-Paket auf Flimmit ist mit Höhepunkten des Graz Film Festivals in einem separaten Diagonalen Sammelkino der Welt pro Stream in allen neun Bundesstaaten abgerundet Schmiedeners Drama Nevalent und Arasch T. Reis Flüchtlingsdrama Wir bleiben noch ein wenig Die Tatsache, dass das Online-Angebot für Diagonal äußerst beliebt und erfolgreich ist wurde kürzlich mit dem österreichischen Kunstspunsoring-Preis Mezenas anerkannt Flimmit war eine digitale Bühne Die Diagonal für sein vielfältiges Festival-Programm Flimmit-Workshop-Diskussionen mit Verena Altenberger und Lena Koppe Der Diagonale-Preisträger Gewinner Lena Koppe ist auch Teil zweiten Staffel Flimmit-Workshop-Diskussionen Verena Altenberger Schauspielerin und Präsidentin Akademie des österreichischen Films Spricht mit zehn Frauen in Filmindustrie Das Interview mit Kamerafrau Lena Koppe bietet eine authentische Einblick in ihren Beruf Welche Abteilung hat eine Kamerafrau zusammengearbeitet? Welche Herausforderungen Frauen sind besonders mit Frauen? Und wie werden sie tatsächlich eine Kamerafrau? Weitere Programme finden sie hervor Der Bergdoktor Und Fakt oder Fälschung Emotionale Geschichten In den beeindruckenden Bergen des Wilden Kaisers stattfinden Patienten anspruchsvollen Krankheiten Tägliches Geschäft für den Bergdoktor Flimmit erweitert Nun die Ordnungszeiten und zeigt ersten 15 Spielzeiten der erfolgreichen Serie mit Hans Siegel als Dr. Martin Gruber Around Hans Siegel Es gibt auch ein Wiedersehen der regulären Linie Einschließlich Heiko Ruprecht Ronja Forscher Monika Baumgartner Auch neu in Flimmit alle Episoden von Fakt oder Fake Einer lebhaften Kombination aus unterhaltsamem Informationsformat populärer Wissenschaftsquizshow Präsentiert von Clemens Maria Schreiner Prominent Council Teams sind konfrontiert mit Meme Scherzen Videos Schlagzeilen sollen es mit viel Humor herausfinden Was Fakten sind welche Wahnvorstellungen Leute wie die ESVG sind welche Wahnvorstellungen Vielen Dank.